Nein, ich weiß auch, was ich suchen wollte. Lamp, ich hab nämlich eben Lamp gesehen. Aber das interessiert mich eben nicht mehr. Ich hab ne Zombie-Plage am Hals. Und das interessiert mich schon ein bisschen mehr. Oh, 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 oh. Gleich sterb ich wieder. Einmal ne Bekloppte Hexe, die mich dann wieder vergiftet oder sonst wie was antut. Ah, diesmal hab ich ein bisschen Eisenrüstung. Ich bin so froh. Ich bin so glücklich Eisen zu haben und mich... ...Eisenrüstung, Eisenschwert, Eisenschwert gewonnen. Nein, natürlich nicht. Nur wenn man so ne Ausrüstung hat, heißt das ja nicht gleich, dass man gewinnt. Also, das ist hier totales... Ich hör ein Skelett hinter mir irgendwo. Das ballert mich gleich wahrscheinlich vom Berg runter. Dann war... War Friedem auch... Ist Friedem auch Geschichte? Ich komm hier echt nicht mehr hoch oder was ist denn das? Oh... Da war ne Hölle. Schon tagsüber ist es da lang vorbeischleichend gefährlich. Nachts ist es selbstmordgefährdend. Schnee, okay. Von wo kam ich denn? Kann doch nur von da gekommen sein, also... Da ist doch der eine hohe Berg, ne? Ach, Mann. 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 Das ist nicht fair. Er eiselt. Mann. Zit. Der wird explodieren. Der wird explodieren. Er ist explodiert. Oh, was soll Loch der gerissen hat? Alter. Zit. Oh, ich sollte laufen und nicht stehen bleiben ab. Das ist nicht meine Lava? Zit. Was heißt hier meine Lava eigentlich? Das ist ja nicht meine Lava. Dann müsste mein Haus aber theoretisch gesehen hinter diesem Berg sein, also... Ähm... Meine... Ich werde wieder mal attackiert, das ist so witzig. Dass ich... Na? Na? Was willst du, du hässliche... Sackf... Hässliche Visage, du... Ach, es sind denn noch mehr von euch? Sag mal, könnt ihr mir sagen, wo mein Haus steht? Ich nehme zu... Ja, okay. Ich wollte erst mal... Kuscheln, ne? Oh, du sollst mich nicht hauen, du sollst mich nicht hauen. Alter, was ich gerade merke... Dass ich... Kritisch am verrecken bin. So, jetzt halt. Es geht Endrunde. Tchack. Tchack. Ich führe mich mit Händen und Zehen diesmal. Das merkt ihr, ne? Tchack, tchack. Oh, da kommen noch mehr. Nein, nein. Jetzt will ich nicht mehr mit spielen. Wieso geht der nicht tot? Alter, sind das viele. Alter, Pfeiter, ich muss hier mal was kurz machen. Warte, ne? Mal kurz Abstand nehmen. Äh, ja, das Schwert ist... ... wirklich... Was ist das? Ach, ne, ne? Nein, 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 nein! Ach, nein! Das kann doch nicht sein! Mann! Wieso sterbe ich denn? Aaaaah! Ey! Da war wieder diese blöde Hexe. Ich hab's gewusst. Eine Hexe macht mich natürlich platt. Ja, okay. Ich muss eh gleich eine Aufnahme auch. Äh... Ey, das kann nicht... Ist jetzt... Ey, haut ab, Mann, ihr Viecher! Fetz... Pah... Das ist doch meine Lava gewesen. Das ist doch da meine Lava. Das... Ich hol jetzt meine Sachen wieder um... Ach, Level 28. Ich werd schon wieder an Level 0 anfangen. Boah! Und mein Schweinefleisch. Das ist mir wichtig, dass ich das wieder bekomme. Aber ihr seht, ich bin jetzt das zweite Mal verreckt. Weil ich unbedingt mit Zombie spielen wollte. Weil das Schwert hat keinen Schaden gemacht, das Steinschwert. Und da war wieder diese bekloppt. Der Hexe... Oder können die jetzt auch Zombie vergiften? Nein, eigentlich war's eher eine Hexe. Ich muss hier mal kurz hoch... Aber das muss doch hier irgendwo sein. Also... Ich hab ja mal eine Lava gesehen. Zum Beispiel hier ist... ... Es ist auch natürlich geil, dass ich an den Berg, wo die Lava jetzt hochgehe. Wo ich die Lava als Abstand gesehen hab. Weil... Ich... Bruder... Keine gute Idee. Ja, wir holen noch meine Sachen schnell und denn... Ach, scheiß drauf. Scheiß nicht drauf! Boah! Bin ich wieder! Ha! Entschuldigung, ich hab das erste Jahr vorher... Pfeif drauf! Hey! Und schon wieder hat das noch ein riesen Loch gezogen, ey! Warum machst du das, mein Freund? Ah! Ich... 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 Darauf springe, ins Wasser und da ist ja die Lava! Geil! Das wäre noch durch den Puller gewesen, wenn ich ja jetzt nochmal verfucket gestorben bin. Und... Jetzt der Creeper mich noch gesprengt hätte, ja. Das sind natürlich... Highlights! Hier oben... Eigentlich müsste es hier sein. Ich bin mir so... 9% sicher. Nur zu 9... Aber eigentlich... Weil ich hab ja... Die Lava hab ich echt gesehen, Mann! Ich hab noch nicht mein Haus gesehen, von da aus. Also... So... Wo bin ich? Da haben wir den Sumpf! Den Sumpf haben wir nicht gesehen! Deswegen... Das ist... Nicht dein Ernst! Du hast jetzt recht... Nee, es war nicht diese Seite! Es kann unmöglich diese Seite sein, weil ich hab mein Haus von der Position aus nicht gesehen! Sonst wäre ich ja gleich zum Haus gerannt und gar nicht erst... Da geblieben! Und? Das ist... Kommt mir nicht bekannt vor! Hm! Von hier aus sehen auch nicht den Lava, ne? Also... Aber hier sind wieder die Schweine! Die Schweine... Die Schweine kenn ich! Wart ihr nicht hier eben, wo ich gestorben bin, Mr. Piech? Ah, von hier aus seh ich mein Haus! Das kann nicht wahr sein, Friedaum! Hier kannst du nicht gewesen sein! Unmöglich! Von hier aus seh ich aber die Lava! Hä! Fragen über Fragen! Aber... Die Schweine kenn ich doch wirklich hier, also... Weiß ich nicht! Schweine, habt ihr zufällig mich sterben sehen? Dann sagt... Ja! Nein! Nee, das kann nicht hier sein! Nee! Von hier aus seh ich die Lava nicht! Also die Lava hab ich gesehen, das... Ich hab schon wieder Hunger! Ja, ich sprint hier auch wieder! Ich bin ein Idiot! Hm... Ja, wenn ich jetzt aufhöre, dann sind die Sachen futsch! Wiederum hab ich hier Schweine und könnte mir wieder ein neues aneignen! Ah... Ich geh mal kurz hier runter... Ach, halt! Klappe, ich hab keinen Bock mit euch zu spielen! Ich hab eben mit gespielt und ich hab... Und ihr habt unfair gespielt! Ihr habt gemogelt! Ihr habt geschickt! Ihr schiebt das! Da ist die Lava! Da ist die Lava! Was heißt, du misst die eigentlich? Bäume waren hier aber nicht! Okay Leute, das hat glaube ich keinen... Zweck! Ja, ich fang auch gleich wieder an! Kann ich wieder neue Wolle suchen und kann mich wieder verlaufen und so! Jedes Mal wenn ich Wolle suche, sterbe ich auch uhr komisch! Aufgefallen! Es ist jetzt das zweite Mal, dass ich auf Wolle suche bin! Wolle suche bin! Und dabei sterbe! Also, elendig verrecke! Es ist jetzt auch übrigens das dritte Mal, dass ich gestorben bin! Weil... Ich sterbe auch gleich ein viertes Mal, weil ich verhungere jetzt! Und dann lass mich jetzt mal verhungern! Oder ich mach ja mal jetzt den... Acht! Wenn du mich auch einmal anmerkst, du märst scharf! Dann merk ich aber zurück! Ja, also wie gesagt... Hau ab, man! Du hast draußen tagsüber nichts zu suchen! Ihr nehmt mir schon die Nacht weg! Dann lasst mir den Tag wenigstens noch! Mann, 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 Mann! Mann, Mann, Mann! Man verschieben die echt, glaub ich! Ne, ähm... Wie gesagt... Jedes Mal wenn ich Schafe suche, Schafswolle suche, sterbe ich auch! Bin ich da runtergestorben? Ne, eigentlich nicht! Das ist schon wieder... Es ist... Ja gut, ich muss jetzt auch wirklich ne Aufnahmepause machen! Aber ich will da jetzt nicht... Das mit ne Wildnis machen, eigentlich! Kann man sich hier nicht irgendwie... Weil... Verrecken tue ich jetzt sowieso! Verhungern nämlich! Ja! Verhungern! Von mir da! Dann will ich's lieber auf... Faustdick selber machen! Bevor ich hier irgendwie... Aber hier... Da drin echt... Äh... Da drin echt... Äh... Oah... Ach... Mann... Jetzt kommt man hier auch nicht... Jetzt kommt man hier auch so blöd hoch! Das regt mich natürlich ein bisschen auf... Wenn... Ach, Mann... Ja, da komm ich gar nicht hoch... Doch, hier... Schau, schau... Ich will nur noch mal kurz... Gucken ob... Hier oben noch was ist... Pilsweit! Na super! Ah... Jaaa... Wie viel das große... Okay! Ja gut, dann sag ich erst mal! Ich mach jetzt eine Aufnahmepause! Ich verabschiede mich herzlich von euch! Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen! Ja... Wir sind mal wieder gestorben! Das ist... Manchmal nicht... Verhinderbar! Eigentlich müsste man's! Ich sollte vorsichtiger sein! Auf jeden Fall! Geht das schon mal voran! Gut, das ist ganz gut! Egal! Böken Erde dann! Ähm... Ich hab ja natürlich... Zum Glück hab ich nicht vieles mitgenommen! Also, ich... Ich sag mal... Ich weiß jetzt nicht, ob ich heute noch eine Aufnahme wirklich starte danach noch... Aber auf jeden Fall werde ich noch ein paar Aufnahmen machen! Und ich sag dann erst mal auf Wiedersehen! Tschöööö! Bis... Böda!